Bitcoin Cash in 60 Sekunden. Bitcoin Cash gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Das übliche Kürzel für Bitcoin Cash ist BCH und Bitcoin Cash gibt es seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an Bitcoin Cash? Bitcoin Cash ist ein Hardfork der Bitcoin Blockchain, das heißt, hier hat sich die Community nicht einigen können an einer bestimmten Stelle, wie man weiter verfahren möchte. Und ein Teil hat gesagt, ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding und haben dann eben ihre eigene Blockchain quasi weitergeführt. Der größte Unterschied zur Bitcoin Blockchain ist die größere Block Size, was konkret bedeutet, dass man mehr Transaktionen damit durchführen kann. Entsprechend hat Bitcoin Cash ähnliche Parameter wie Bitcoin selbst. Wir haben 21 Millionen Coins, die ausgegeben werden, eine durchschnittliche Blockzeit von 10 Minuten und der Hashing-Algorithmus ist SHA-256. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite bitcoincash.org oder bei Twitter und Reddit. Das war Bitcoin Cash in 60 Sekunden. Die Präsentation findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.